ich habe keine ahnung c sicherheitsakademie fahrstuhl finden wir hier ist ein fahrstuhl oder was doch da ok Ist aber auch irgendwie dämlich Man wird, äh, Spectre Dann sagen die, oh je, du kriegst die Geiz, kannst jetzt die geilste Ausrüstung Den kaufen und bla Dann geht man da hin Das ist viel zu teuer Zu den unteren Bezirken Zur Andock-Bucht Fertigkeit zu gering, no Äh, kannst du Ah, du hast keine Punkte mehr Warum hast du keine Punkte mehr Okay, Jaleed Let me get this straight Hey there Oh, you're not C-Sec, are you? Nope Did you want something? I think I'll be going Oh, all right then Oh, it's you again They still won't believe me, you know So, okay Dachte My colleague is trying to kill me And I thought we were friends How do you know, he wants you dead Guckt der so komisch, der Shepard immer so And he started following me So großen Augen Yesterday, he followed me all the way home Just waiting for a chance I don't care what anyone thinks He wants me gone I know it Is there something I can do? Talk to your friend maybe? Would you? That's all I want Someone to talk to him Tell him to leave me alone Machen wir Machen wir Mach dir keine Sorgen Oh Unter, unter dem Markt He's named Shorban He's a Salarian You shouldn't have any trouble He's just a scientist Shorban That's the guy who wanted us to scam the keepers The keepers? Well, even more reason to go after him That's against regulation Bastard If I find out, he's lied to me Anything's possible with Shorban these days Well, good luck What? Du Okay, du willst nix Was haben wir hier? Tag Nichts Okay Was ist hier? Hui An Scanner Wir haben nichts gemacht Alles gut Wir haben niemanden gestört Budex Budex Okay Dann zur Andock Bucht Schätze ich Da geht's zu den Komm, wir gehen noch zu den unteren Bezirken Gucken, was der da gemacht hat Der Junge Emily Wong Ach, das haben wir ihr doch gegeben Geil Das ist die Reporterin Haha Wo sind wir? Ach, okay Hä? Da haben wir eben nicht angeklickt Hä? Er ist hier doch gar nicht Er ist hier? Ist sie doch gar nicht. Okay. Das war ins Flux, genau. Ah, hier haben wir Tali getroffen. Haben wir den Jungen auch gescannt. Sehr gut. Hier ist das, ja. Ach, hier ist er. Ach, hier sind die unteren Märkte. Ah. Keine Lügen mehr, Junge. Ja? Ach, hier ist das. Ich will wissen, was passiert, Shorban. Ich bin nicht sicher, was du an dich an. Meine Erfahrungen sind... Wir haben nicht gekauft. Jelid gesagt, dass du ihn hast. Du... sprachst mit Jelid? Dann wissen Sie über die Daten? Schleif mir einfach alles, was du wissen. Du drener können gehen. Ja. Okay, Chef. Schleif. 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 Ach. Mhm. Mhm. Ah. Mach mal. Okay. Happy scanning. Alle lügen uns hier an ey. Junge, Junge, Junge. Wow. Noch mit der Barkeeperin da reden? Du, 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 die Bar ist aber super gefährlich für dich. Okay. Einfach so in der, in der Bar so offen drüber reden. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Tough girl. Uh... Uh... Okay. I'm busy. The other waitresses can help you. Go away. Let me... 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 Chell... Äh... Da bist du? Er hat uns auch was geklaut. Ah. Ha. Ha. Okay. Okay. What the hell was that about? I guess we'd better go find out. Ah. Okay. Okay. Ja. 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 öffnen, Alter. Ah, Gott. Ich habe es wieder nicht gecheckt, ey. Ah. Unglaublich. Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst. Hier haben wir zwei Leute, mit denen wir reden sollen. Äh, hallo? Einmal da, okay. Äh. Ich weiß halt nie, wer ich bin, ne? Map ist etwas verwirrend. So, Jalit. Am liebsten würde ich dem einen klatschen, muss ich sagen. Ha. Huh. Huh. Why would I lie to you? You forgot to mention the data about the keeper. Uh, he told you? I didn't mean for any of this to happen. I was afraid Shorban would kill me to get the data, so I... Well, I was hoping you'd take care of him. Äh. I'm scanning the keepers for Shorban, but you two need to stop fighting. You're... You're helping us? But... Well, if you say so. Well, if Shorban can forgive and forget, then so can I. Oh. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Haben wir... Ja. Abgeschlossen. Ah, deswegen war das hier leer, weil... Hm. Hm. But since you were so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. It's nice to see you're still working on all the angles, Jellick. It's part of the job. Now are you gonna help me or not? This is just too much work. Come on, Commander. We're on the same side here. Nope. Sorry, Jellick. It's not gonna happen. But Jenna stays right with you. Okay, da, äh, da warte ich, bis wir Dings geskillt haben. Ach, warte mal. Geht es jetzt? Haha. Of course, Dan, no strings attached. But that still leaves my case unsolved. I could still use your help. Okay. I'll help you. But I need some details. I'm trying to track down a legal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Okay. Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our channels that you're the buyer. Good luck, Commander. Keiloh. Stufe aufgestiegen. Hat sich doch noch gelohnt. Und jetzt geht's ab zum Schiff. Es ist diese Religion, die der Tintenfisch, die Qualle. Predigt. Äh, Sicherheitsakademie zu Normandy. Ah, ja. Hallo? Nice! Hell yeah! Hey, Feros in Noveria. We have one more lead. Matriarch Benesia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tussoni. Liara! Da werden wir anfangen. Sounds like we should head for the Artemis-Tau-Cluster. It's your decision, Commander. You're a specter now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. Heh, that's your job. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a specter. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Ah, schön. Ah, ich glaube, langsam verändern wir uns ein bisschen, oder? Jetzt das Licht wird, glaube ich, anders. Ich will noch nicht... Wir sollen jetzt wahrscheinlich... Genau. Ah, ja. Artemis-Tau-Cluster. Noveria. Jo! Und hier... ...wenden wir... ...die erste Aufnahme-Session. Oh, ja. Einmal speisern. Ah, nächstes Mal... ...geht's dann als erstes Richtung Liara. Unsere Waifu. Oh, ja. Liara ist toll. Ich mag die. Es ist halt echt... Ich weiß nicht, wen ich mitnehmen soll. Ich feier Gareth, ich feier Rex, ich feier Liara. Tali feier ich eigentlich auch. Ah. Begleiter sind halt so nice in diesem Spiel. Na gut. Wir werden es nächstes Mal sehen. Beziehungsweise, ihr werdet es nächstes Mal sehen. Ich kann ja auch wechseln. Eigentlich. Ja, schauen wir mal. Okay, Freunde. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf... ...wie ich auf Mass Effect. Ähm... ...ja. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut auf meinen anderen Kanälen vorbei. Twitch, Insta, Twitter. Alles, äh... ...immer überall verlinkt. Äh, jo. Habt noch einen schönen... ...Tag, Nacht, Vormittag, Mittag... ...Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.